Herzlich willkommen zu Captivate Compact. Mein Name ist Martin Uhrig und in der heutigen Basics-Folge wollen wir uns das Thema Zeitleiste und Timing in Adobe Captivate anschauen. Dazu werden wir heute gemeinsam eine Seite erstellen, auf der mehrere Objekte getimt nacheinander einblenden. Starten möchten wir hier mit einem leeren Projekt und zwar verwenden wir ein klassisches Projekt. Ich wähle hierzu aus dem Willkommensbildschirm leeres Projekt, stelle hier unten die gewünschte Auflösung ein, in meinem Fall benutzerdefiniert 1024 x 672 und erstelle das Projekt. Und dann haben wir hier ein leeres Projekt mit einer Folie. Die möchte ich auch gleich mal vorbereiten. Entferne hier mal den Platzhalter und füge meine Grafiken ein. Die ziehe ich direkt aus dem Explorer auf die Folie. Die Grafiken möchte ich natürlich auch gleich mal dann zur Folie ausrichten. Dazu verwende ich hier das Ausrichtungswerkzeug über Fenster ausrichten. Da bekommen Sie dann hier so eine Symbolleiste. Über die können Sie ein einzelnes Objekt z.B. zentral, horizontal und vertikal zur Folie positionieren. Jetzt schmeiße ich noch zwei weitere Grafiken auf die Seite. Zum einen den Chart und den möchte ich hier auch zum Hintergrund sauber ausrichten. Wähle dazu das Hintergrundbild aus, drücke Shift und wähle dann das zweite Bild aus. Das möchte ich dann hier links ausrichten, sowie dann entsprechend in der Mitte. Sie haben gesehen, das Objekt mit den schwarzen Anfassern richtet sich nach dem zuerst gewählten Objekt mit den weißen Anfassern. Den Chart möchte ich jetzt noch ein bisschen nach oben verschieben. Wähle die Grafik aus, drücke dann die Shift-Taste und die Pfeiltaste nach oben und so verschiebe ich die Grafik dann genau zehn Pixel nach oben. Dann wollen wir noch die Linien zum Chart einfügen. Ziehe das auch auf die Seite und dann möchte ich die beiden Grafiken zueinander ausrichten, drücke wieder die Shift-Taste, wenn ich die beiden selektiere und die neue Grafik richte ich nun über links und oben ausrichten an dem Chart aus. Jetzt habe ich nun alle Objekte auf der Folie und sauber zueinander ausgerichtet. Im nächsten Schritt wollen wir uns dem Timing widmen. Dazu blende ich hier unten die Zeitleiste ein. In der Zeitleiste sehen Sie neben der Folie und der Dauer der Folie alle Objekte, die sich auf dieser Folie befinden. Sie können hier zum einen die Objekte ausblenden, Sie können sie auch sperren und dadurch sind sie dann nicht mehr veränderbar. Sie sehen, die Hintergrundgrafik würde ich so dann nicht mehr erreichen. Und Sie können hier auch die Ebenenreihenfolge der Objekte steuern. Das Objekt, welches hier ganz unten liegt, die Folie, liegt also im Hintergrund. Dann haben wir die Hintergrundgrafik, die könnten wir auch mal nach oben ziehen und dann sehen Sie, verschwinden die anderen beiden Grafiken und wenn ich sie wieder nach unten ziehe, dann liegt das Ganze im Hintergrund. Also die Reihenfolge ist hier von unten nach oben und so dann auch die Ebene, Hintergrund, Vordergrund. Zum anderen können wir hier die zeitliche Reihenfolge steuern, sprich das Ganze geht hier von links nach rechts. Wir können zum einen Objekte verlängern, wie zum Beispiel die Folie, die könnten wir jetzt einfach mal auf sechs Sekunden verlängern und die Objekte hier mal von links nach rechts verteilen. Das Ergebnis wäre jetzt wie folgt, wir lassen das Ganze mal hier unten abspielen. Zuerst wird die Hintergrundgrafik dargestellt, dann kommt der Chart, der Hintergrund blendet aus und jetzt kommt hier entsprechend die Linie. So wollen wir das natürlich nicht haben, sondern wir wollen, dass das nach und nach aufbaut. Das heißt, ich liege hier schon mal ganz richtig, die Pyramide soweit zu bauen. Ich würde mal zum Beispiel hier jeweils nach einer Sekunde die weiteren Objekte darstellen. Aber ich möchte natürlich, dass die anderen Objekte auch bis zum Ende der Folie dargestellt werden. Dazu können Sie die einzelnen Objekte entsprechend hier manuell verlängern. Es gibt aber auch den Trick, dass Sie hier rechts klicken und wählen für den Rest der Folie einblenden. So müssen Sie das dann nicht einzeln machen, sondern die Objekte sind dann automatisch immer so lange wie die Folie selbst auch. Die Folie kann sich ja zum Beispiel verlängern, wenn Sie da weitere Objekte drauf platzieren oder wenn Sie die Folie später vertonen, dann wird sie automatisch länger und dann wollen wir natürlich auch, dass die Grafiken bis zum Folienende dargestellt werden. Sie können das natürlich auch für mehrere Objekte zugleich machen. Ich markiere hier mal das eine, drücke Shift und wähle das andere Objekt aus. Sie sehen, Sie können das also schön auch über die Zeitleiste auswählen. Rechts klicken hier und wählen dann für den Rest der Folie einblenden und dann sehen wir, wenn wir das Ganze hier unten in so einer Vorabansicht darstellen, dass das schön nacheinander einblendet. Das, was wir hier in puncto Timing über die Zeitleiste einstellen, können Sie auch über die Eigenschaften steuern. Es gibt Timing-Eigenschaften. Die können Sie hier rechts erreichen über Eigenschaften und dann finden Sie hier das Bedienfeld Timing-Eigenschaften. Und hier in den Timing-Eigenschaften können Sie dann entsprechend auch die Werte numerisch einstellen. Sie sehen, jetzt ist hier eingestellt Anzeigen für restliche Folie. Ich könnte allerdings auch sagen für eine bestimmte Zeit oder für das restliche Projekt. Wenn Sie dann die Objekte zum Beispiel einzeln ausgewählt haben, dann sehen Sie hier das Bedienfeld Timing. Da verbirgt sich noch viel mehr dahinter. Wir sehen hier auch die Möglichkeit, einen Effekt einzustellen, also Objekte auch zu animieren. Und wenn wir hier nach unten scrollen, dann sehen wir, können wir da zum Beispiel auch einen einfachen Einblende-Effekt einstellen. Das will ich jetzt mal gerade machen. Ich möchte, dass das Objekt hier nur einblendet und stelle mal eine Sekunde ein. Und das machen wir vielleicht auch gleich noch für die anderen beiden. Das kann ich natürlich auch zusammen einstellen. Markiere die beiden Objekte mit Shift, wähle Übergang, nur einblenden, eine Sekunde. Jetzt habe ich das Ganze mal also soweit eingestellt. Das Bedienfeld Timing werden wir uns in einer folgenden Folie nochmal ein bisschen genauer anschauen, wo ich Ihnen dann auch zeigen werde, wie Sie Objekte auf den Seiten noch animieren können. Wir wollen uns das Ergebnis mal hier vorab über die Zeitleiste mal hier anschauen in der Vorabansicht. Und sehen also, das blendet also schön alles ein. Das Ganze können wir uns natürlich auch hier mal gleich in die richtige Vorschau laden über Vorschau und HTML5 im Browser. So sehe ich dann auch gleich, wie das im Browser dann in der HTML5 Version aussehen wird. Und hier sehen wir nun, wie das Projekt veröffentlicht aussehen würde. Hier unten haben wir dann auch eine Wiedergabeleiste, über die ich den Ablauf steuern kann. Ich könnte hier dann auch zum Beispiel die Folie nochmal neu starten oder pausieren und über den Regler hier entsprechend den Ablauf der Folie nochmal überprüfen. Damit sind wir leider auch schon am Ende dieser Folge angelangt. In der nächsten Folge werde ich Ihnen mehr über das Thema Wiedergabeleiste zeigen. Sie werden erfahren, wie Sie hier eine eigene Wiedergabeleiste formatieren können, wie Sie sie weiter einstellen, die Schaltflächen definieren und wie Sie sie auch ausblenden können. Und wir werden uns auch anschauen, wie sich mehrere Folien in einem Projekt verhalten und wie hier die Navigation und das Timing über mehrere Folien hinweg abläuft. Wenn Sie das hier alles noch einmal nachlesen möchten, finden Sie unten in den Shownotes einen Link zum entsprechenden Blogartikel auf techwriter.de. Dort können Sie auch unseren kostenfreien Newsletter abonnieren und bleiben damit laufend top informiert zum Thema Captivate. Bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Captivaten, Ihr Martin Uhrig.